Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde und natürlich alle Zuschauer aus nah und fern bei Xtrain24, ihrem Portal für Modellbahn und Zubehör. Das lange Warten hat jetzt endlich ein Ende. Vor anderthalb Wochen haben wir ja bereits das angekündigt über unsere Social Medien, zum Beispiel bei Facebook. Es wurde auch rege angeklickt und registriert, dass wir mit einer Teleshopping-Tour anfangen. Und heute ist Freitag, 16 Uhr und es beginnt ganz pünktlich. Sie sitzen sicherlich zu Hause ganz bequem in Ihren Sesseln oder vorm Computer und schauen sich das an. Ja, Sie sehen vor mir zum Beispiel hier schon ein Präsentationsmuster, ein Diorama gestiftet von Modellbahnengel, wo wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Das ist das sogenannte Arcaden-System. Auch das finden Sie bei uns auf den Seiten, wenn Sie da mal ein bisschen stöbern. Das ist aber nicht Gegenstand der Vorstellung, sondern das ist Gegenstand dessen, dass wir hier Modelle draufbauen bzw. unsere Lokomotiven in Baugröße H0 präsentieren werden. Das also dazu. Das Angebot, was wir Ihnen jetzt präsentieren, gilt von jetzt, Freitag, 16 Uhr, bis Sonntagabend, 20 Uhr. Es sind, wie wir schon auf den Seiten vermerkt haben, sympathische, attraktive Preise. Wir gehen von den Baugrößen H0 bis Z. Fast alle Hersteller präsentieren wir hier. Und es sind Angebote der uns angeschlossenen Händler auf unserem Portal bei Xtrain24. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Wir treten hier nicht als Verkäufer auf, sondern wir bieten die Plattform auch für diese Übertragung für unsere Händler. Und die Angebote, die Sie hier sehen, sind alles Angebote von Händlern deutschlandweit. Die kommen also zu Ihnen sozusagen nach Hause auf Ihr Sofa, auf Ihre Couch, wo Sie sich jetzt diese Angebote ansehen können. Dazu eigentlich alles. Ich möchte jetzt einfach sagen, genug der Vorrede, fangen wir einfach an und wir kommen zu unserem ersten Angebot. Und weiter geht's, liebe Zuschauer und Modellbahnfreunde, hier bei Xtrain24 bei Teleshopping. Wir sehen bereits im Vordergrund eine wunderschöne Dampflokomotive in der Baugröße H0. Es ist die 0,310 Öl gefeuert mit Gieselflachejektor und dieses Modell baut und bietet Gützold an. Neben mir steht Sebastian Fischer, den ich ganz herzlich hier an der Stelle begrüßen möchte. Er hat sich für uns und auch für Sie, liebe Zuschauer, die Zeit genommen, uns das Modell, was heute im Angebot steht. Ich sage nochmal, von heute Freitag 16 Uhr bis Sonntag 20 Uhr können Sie sich das alles überlegen, hier diese Maschinen zu kaufen. Er hat mehrere Lokomotiven im Angebot, aber anfangen wollen wir erst mal mit der 0,310. Was sehen wir hier, Sebastian? Danke für die Einführung. Was wir hier sehen, ist die, wie du schon gesagt hast, die ölgefeuerte 0,310. Das war quasi die Baureihe 0,310, unser Erstlingswerk nach der Übernahme von Gützold. Und das ist die dritte Ausführung, die wir herausgebracht haben, eine sehr besondere Lok. Kurz zu den Besonderheiten hast du schon was gesagt. Wir haben den Gieselflachejektor und das war ja die ölgefeuerte Lok, die bei der VESM Halle als Bremslokomotive eingesetzt wurde. Und deswegen war sie auch ausgestattet mit einer Rigenbach-Gegendruckbremse. Und deswegen war das mir auch so eine Herzensangelegenheit, heute mal herzukommen, die Lok persönlich sozusagen kurz vorzustellen, um einfach auch diese ganzen Besonderheiten nochmal mit zu beleuchten, weil das ja doch einige sind. Wenn ich darf, würde ich gerne... Wenn du darfst, ja, du darfst natürlich die Lok in den Geräuschen vorstellen. Das haben wir natürlich uns jetzt hier vorgenommen, liebe Zuschauer. Sebastian wollte unbedingt hier die Lok persönlich mit Sound vorstellen, mit der Rigenbach-Gegendruckbremse, einmal um diesen Sound auch wirklich zu hören. Es gibt natürlich noch andere Lokomotiven, hier von der 0,310 im Angebot, darüber sprechen wir gleich. Aber wir wollen erst mal die Sound-Variante vorstellen. Das ist die mit dem... Das hier ist jetzt die Variante mit einem Zimo-Sound-Decoder und dem Henning-Sound-Projekt drauf. Dem Henning-Sound-Projekt. Also Henning hat für uns da speziell ein Sound-Projekt abgestimmt und gerade auch an der Rigenbach-Gegendruckbremse noch gefeilt. Und deswegen ist es schon ein schönes Projekt geworden. Also habt ihr ganz schön geklotzt und hier rein investiert in diese Lok. Ja, da würde ich sagen, liebe Zuschauer, wollen wir uns das mal anhören von dieser Lok, von dieser Variante, die wir dann preislich auch noch vorstellen wollen, neben den anderen Varianten, die du anbietest. So, dann würde ich sagen, Ton ab, oder? Also ich gehe noch mal kurz auf die optischen Besonderheiten ein und am Ende würde ich dann den Sound mit anmachen. Sicherlich einige wissen schon, wir als Gützold haben uns alle Projekte von Gützold vorgenommen, noch mal zu überarbeiten. Wir hätten hier ganz besonders Wert gelegt auf die neuen Loklaternen mit den weißen Reflektoren, die der Lok ein richtiges Gesicht geben. Die Lok ist ausgestattet mit einem, wir können sie uns jetzt vielleicht tatsächlich mal von oben angucken, dann sieht man noch ein paar Besonderheiten. Ja, da haben wir sie. Wir haben vorne eine, ja, die Quetschesse genannt, Giese-Ejektor, direkt dahinter den Schalldämpfer der Ringenbach-Gegendruckbremse, die wir uns gleich mal anhören. Und wirklich viele veränderte Leitungsverläufe hier hinten gerade vor dem Führerhaus, die diese Ringenbach-Gegendruckbremse mit sich bringt. Die Leitungsänderungen wurden alle mit Messing-Feinguss-Leitung gemacht, also auch sehr hochwertig. Wir haben ein durchbrochenes Dachgitter, was hier leider gerade noch nicht ganz so gut zu sehen ist. Meine Ahnung ist ein bisschen, Entschuldigung. Ich kann das ja mindestens bestätigen, dass es tatsächlich so ist. Und im Innenleben hat sich wirklich grundlegend alles geändert. Pufferspeicher für perfektes Fahrverhalten, ein Doppellautsprecher, um soundtechnisch wirklich auch das Beste rauszuholen, sodass man wirklich, ja, einfach ein Modell hat, was im Anlagenbetrieb einfach Spaß macht. Und ich möchte jetzt einmal, ja, sozusagen den Sound vorstellen, noch zum Sound anmerken. Der klingt ein bisschen abgeschnürt, gewöhnungsbedürftig. Das ist diese Quetschesse, die von der Konstruktion her einen engeren Auslassquerschnitt hat von den Dampfschlägen, von dem Abdampf. Und das klingt eher nach einem bisschen Hecheln, aber es soll genau so sein. Absolut vorbildgerecht. Das ist richtig. So, alle Varianten, die wir hier vorstellen, die von Gützold hier vorgestellt werden, liebe Zuschauer, ich möchte Sie nochmal darauf hinweisen, finden Sie natürlich auch auf dieser extra Seite, wo Sie jetzt auch diesen Stream sehen. Dort können Sie sich natürlich nochmal ganz genau über die technischen Ausstattungsvarianten der einzelnen Varianten hier nochmal informieren. Das wollen wir uns jetzt ein kleines bisschen sparen, weil sonst wären wir nicht fertig. So, jetzt darfst du mal loslegen. Richtig, genau. Stellvertretend für alle Loks stelle ich hier, wie gesagt, die Soundvariante vor. Ich habe die Lok so präpariert, dass sie gar nicht vorwärts fährt, dass sie quasi hier an der Stelle steht, sonst würde sie aus dem Bild rausfahren. Von daher starte ich jetzt mal den Sound. Wir spitzen jetzt die Ohren. Jetzt. Die Lok beschleunigt jetzt erstmal langsam auf Fahrgeschwindigkeit. Also, typisch Dreizylinder. Hört mal. Oh, jetzt fährt sie los. Jetzt fährt sie doch los. Oh, jetzt fährt sie doch los. Muss ich mal schneiden. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Ich halte sie nämlich jetzt einfach fest und ich halte sie dann auch gleich wieder an. So, ich halte jetzt kurz den Tenner einfach hoch. Die Lok hat nämlich einen Tennerantrieb. Und jetzt werde ich mal diese Regenbach-Gegendruck-Bremse mit einblenden. Jetzt hört man das also deutlich, den Unterschied. Was man jetzt noch hört, sind die Abdampfschläge der komprimierten Luft. Also, diese Regenbach-Gegendruck-Bremse funktioniert so, dass... Jetzt mache ich das alles mal wieder aus. Diese Regenbach-Gegendruck-Bremse funktioniert in echt so, dass quasi Umgebungsluft angesaugt wird und in den Zylindern komprimiert wird und dann über diesen Schalldämpfer abgeblasen wird. Und dadurch wird sozusagen, bremst die Lok selber, ohne dass jetzt irgendwelche Bremsklötzer da irgendwie zu heiß werden. Also, wir haben das typische Knallen gehört, dieses typische Geräusch dieser Gegendruck-Bremse. Das werden Sie sicherlich auch recht gut vernommen haben. Auch wenn die Lok sich jetzt selbstständig gemacht hat. Sie durfte es nicht. Aber okay, das ist ja alles live und es kann halt passieren. Wir haben es vorher probiert, da hat sie es nicht gemacht. Jetzt hat sie es gemacht. Sie wollte von unserem wunderschönen Diorama runterfahren. Genau. Ja, so, dann gibt es natürlich, hatte ich ja bereits schon angekündigt und die Preise interessieren natürlich jetzt auch. Wir fangen mal mit der einfachsten Variante dieser Lokomotive an. Mit der Artikelnummer 3105 9090. Die unverbindliche Preisempfehlung unter 500 Euro, also 499 Euro, liebe Zuschauer. Und kostet jetzt 439. Oha. Genau, das ist die Analog-Variante, ohne Gehirn, die auf einem Gleichstrom-Gleis mit einem ganz normalen Trafo gefahren werden kann. Ohne Pufferspeicher, ohne Sound, aber optisch und von den Fahreigenschaften her schon ein richtig schönes Modell. Jetzt höre ich schon die Frage, kann man das mal nachrüsten? Man kann das nachrüsten, ist eine Plux 22-Schnittstelle. Also Schnittstelle ist dabei. Und man könnte sogar, das würden dann am liebsten wir in der Werkstatt machen, aber man könnte dann noch den Kondensator nachrüsten, man könnte auch Lautspeicher noch nachrüsten. Also es ist alles irgendwo, der Platz ist dafür vorgesehen. Also für die Modellbahnfreunde, denen der Preis der anderen Modelle, die gleich kommen oder Varianten, die gleich kommen, etwas zu hoch sein sollte. Das ist die einfachste analoge Ausführung für unter 439 Euro. So, wer dann später natürlich dann entsprechend nachrüsten möchte, wir haben es gerade aus berufenem Munde gehört, dann kann man das tun, ist also kein Problem. Dann gibt es eine weitere Variante dieser Lokomotive. Ich spare mir jetzt diesen langen Kürzel, Sie sehen es jetzt auch im Bildschirm, liebe Zuschauer, mit der Endung 92. Die unverbindliche Preisempfehlung dieser Maschine war 629 Euro und wird jetzt für 569 angeboten. Was ist das für eine Variante? Genau, ich sage nochmal kurz was zu der Variantenvielfalt überhaupt, die wir anbieten. Also wir als relativ kleiner Hersteller haben einfach gemerkt, jeder Kunde hat andere Anforderungen und wir müssen, um da auf entsprechende Verkaufsstückzahlen zu kommen, auch einfach jedem Kunden genau das anbieten, was er braucht. Und die Technik ist sehr kompliziert, auch zum Nachrüsten ist es sehr vielfältig und wir wollen, dass perfekt funktionierende Modelle verkauft werden. Deswegen haben wir gesagt, wir bieten Soundlogs ab Werk an, sowohl mit Simo-Decoder als auch mit ESO-Decoder. Und diese Variante ist jetzt die Soundlog mit einem ESO-Decoder, mit dem Henning Soundprojekt abgestimmt. Also Henning Soundprojekt ist immer dabei? Ist bei den Soundvarianten jetzt immer dabei. Okay, kommen wir zur nächsten Variante. Das ist dann wieder mit Henning Sound mit der Endung 0,94. Diese Lok hat unverbindliche Preisempfehlung 629 Euro gehabt und kostet jetzt 569. Richtig, das ist auch eine Soundlog, in diesem Fall mit dem Simo-Decoder. Mit dem Simo-Decoder, deswegen auch der etwas andere Preis. Richtig, und beide Soundvarianten, beide Soundlogs haben auch den großzügig dimensionierten Pufferspeicher mit drin. Das muss man auch dazu sagen, dass alle Digitalvarianten ohnehin diesen Pufferspeicher drin haben. Richtig, nur die Analogvariante hat nicht alle anderen Varianten. Deswegen auch der andere Preis, ist auch sehr nachvollziehbar. So, dann kommt das mit der Endung 0,96. Ich sage auch gerne nochmal die lange Nummer, muss ich mal gucken. 3105, 90, 96 und unverbindliche Preisempfehlung 539 Euro und kostet jetzt 479. Das ist die Variante mit einem ESO-Decoder. Nur digital, ohne Soundfunktion, aber digital mit Pufferspeicher. Auch dieser Preis ist eigentlich für so eine Lokomotive, muss ich mal dazu sagen, recht attraktiv. Wenn man jetzt mal vergleichbare Modelle hat, anderer Hersteller, von dem, was ihr hier bringt, technisch auf die Bühne bringt, also durchaus vergleichbar. Und ich denke auch für die Marke Gütsholt ein recht attraktiver Preis und auch für die Zuschauer ein recht attraktiver Preis. Wer also sich für die eine oder andere Variante entscheiden möchte, du hattest ja bereits gesagt, dass es verschiedene Varianten gibt, wo ihr euch also faktisch den Modellbahnnutzer anpasst. Dann gibt es natürlich noch eine Variante, also Sie sehen schon, es sind recht viele Varianten von diesen Lokomotiven zu sehen. Die 3105, 90, 97, die Artikelnummer, hat gekostet 539 Euro und kostet jetzt 479 Euro. Das ist die Digitalvariante mit CIMO-Decoder und Pufferspeicher. Also, wir hatten vorher die mit ESO-Decoder gesehen und jetzt mit CIMO-Decoder. Sie sehen es ja auch, wie gesagt, bei uns auf dem Bildschirm hier, liebe Zuschauer. Ich trage da jetzt viel Holz im Busch. Sie haben es ja nun live mitgesehen, diese vielen Ausstattungsvarianten dieser Lokomotive. Und das ist ein Angebot der Firma Gützold anlässlich unserer ersten Verkaufs-TV-Show hier bei Xtrain24. Das Angebot, wie auch alle anderen, die folgen, sind von Freitag, also heute, von 16 Uhr an bis Sonntag 20 Uhr online gestellt. Wenn wir dann diese Streams runternehmen von unserer YouTube-Seite, dann gelten auch diese Preise nicht mehr. Das heißt also, dann gelten wieder ganz normal unsere Shoppreise. Und auch den neu dazugekommenen Zuschauern möchte ich hier bitte sagen, Xtrain24 ist ein Portal, wo viele Händler und auch teilweise Hersteller, wobei der Hersteller das jetzt hier nicht anbietet, sondern der Sebastian hat sich bereit erklärt, uns mal und Ihnen, liebe Zuschauer, die Technik zu erklären. Diese Preise sind natürlich Händlerpreise von einem auf unserer Seite verankerten Händler, über die wir hier gesprochen haben. Und diese Preise gelten, wie gesagt, von Freitag bis Sonntagabend 20 Uhr und auch nur dann. Und abschließend dazu auch noch ein Hinweis, weil wir auch sehr oft gefragt werden, wer ist denn eigentlich Xtrain24? Wie gesagt, wir sind ein Portal, da sind viele Händler und da kann man sogar ein Modell-Eisenbahn kaufen. Wenn Sie unsere Seite besucht haben und Sie es weiter sagen und anderen Modellbahnern sagen, Sie werden also sehen, dass Sie bei uns also in der Regel recht gute Preise bekommen für Ihre Modellbahn, die Sie kaufen möchten. Punkt. Jetzt hast du uns aber noch eine Lok mitgebracht. Ich darf die mal, wollen wir sie runternehmen? Darfst du runternehmen. Wollen wir sie fahren lassen? Wir nehmen sie runter. Ich darf sie anfassen. So, dann haben wir eine Lokomotive. Nimmst du bitte mal meinen, ja, okay. Hast du uns eine E-Lok mitgebracht? Ich stelle die mal hier drauf. Die können wir natürlich auch, soundmäßig wahrscheinlich, oder? Könnten wir auch. Das ist bei einer E-Lok tatsächlich nicht so spektakulär wie bei einer. Wie bei einer Dampflok. Aber könnte ich auch. Mal gucken, ob ich die Funktion nachher nutze. Wir werden mal sehen. Also, was habe ich hier mitgebracht? Das ist die Baureihe 250-155. In diesem Fall die 155 nach Umzeichnung, also schon in das DB-Nummern-Schema. Die Farbe ist für viele sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist nämlich eine sehr besondere Lok. Das ist Farbe, die ein bisschen dem Materialmangel in den 80er Jahren in der DDR geschuldet war. Ich hatte da ein paar Infos mir eingeholt, dass das wohl Restfarbe war aus einem Auftrag, wo diese Lok nach Algerien exportiert werden sollte. Und dann wurde, das war wohl ein orangener Farbton, und dann wurde diese, ja, die Restfarbe, sag ich mal, mit Bordeaux-Rot, wo in der Lok normalerweise ausgeliefert wird, irgendwie gemischt. Und dann hat sich dieses sogenannte Oleander-Rot daraus gebildet. So ist dieser offizielle Farbton der Lok. Und die muss also nach unseren Recherchen und bestem Wissen und Gewissen genauso aussehen. Relativ orange. Relativ orange. Ja, diese Lokomotive gibt es, was die Technik betrifft, in zwei Varianten. Einmal in analog und digital. Und auch, es gibt sie sogar für Gleichstrombahner noch in mehr Varianten. In einer Variante mit einem Sound-Decoder, mit einem ESO-Sound-Decoder, mit einem CIMO-Sound-Decoder und bei dem CIMO-Sound-Decoder sogar noch eine Variante mit Digitalkupplung. Und das ist die, wie sie hier jetzt vor uns steht. Wir haben also das Modell, ja, quasi den Funktionsumfang des Decoders voll ausnutzen wollen und haben gesagt, wir erhöhen den Spielwert nochmal von dem Modell. Und ich schiebe das gerade nochmal so, dass man das auch sehen kann. Wir haben hier vorne tatsächlich eine Märklin-Telex-Kupplung uns mit dazu gebaut, weil die einfach nach unserer Erfahrung am kompatibelsten ist mit allen gängigen Kupplungen und einfach zuverlässig funktioniert. Und deswegen haben wir da gesagt, brauchen wir das Rad nicht neu erfinden, irgendeine eigene Kupplung nehmen, sondern haben gesagt, wir bieten eine Vollausstattungsvariante mit Sound- und digital schaltbaren Kupplungen an. Und die hatte ich jetzt hier einmal zum, einfach nur zum Angucken mitgebracht. Ich könnte das vorführen, aber ich denke, das ist jetzt relativ unspektakulär. Ich denke auch, liebe Zuschauer, wir haben natürlich, und Sie werden das auch auf der Seite finden bei uns, es sind zwei Varianten für dieses Wochenende im Angebot. Einmal mit der Artikelnummer 3103-93-82, die Log, die jetzt hier steht. Das ist die Log, die Endung minus die K wäre die mit Digital-Kupplung. Also, also okay. Die Log, wie sie hier steht, ist genau dieses Angebot, das wäre also die 384 minus die K. Die 384, Entschuldigung, ja, genau, ja. So, die unverbindliche Preisempfehlung dieser Lokomotive ist 349 Euro und im Angebot, mal sage und schreibe, 319 Euro eines Händlers bei uns von Xtrein24. Ich finde, es ist ein sehr attraktives Angebot. Die Ausstattung hat, haben wir gerade besprochen von der Lokomotive. Noch nicht abschließend. Es ist auch hier, wie jetzt allgemein üblich bei unseren Modellen, auch ein Pufferspeicher mit eingebaut, um einfach auch bei dieser schweren Lok, die wiegt ja annähernd 700 Gramm, einfach auch für eine vernünftige Stromabnahme und absolute Betriebssicherheit. Gerade mit Digital-Kupplung, mit Sound, beim Rangierbetrieb und, 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 dass das einfach Spaß macht. Haben wir gesagt, alle Varianten, wie vorher auch schon, alle bis auf die Analoge haben diesen Pufferspeicher mit dabei. Du erwähnt es gerade, 700 Gramm, na fast brauchst du ja fast keine Haftreifen für die Lokomotive. Und man muss aufpassen, wie stabil die Brücken gebaut sind, wie man so der Anlage hat. Also, überlegen Sie sich genau, wenn Sie die Lok kaufen, ich will Sie jetzt nicht abhalten davon, aber 700 Gramm ist schon ein ordentliches Gewicht, ne? Das bringt sich schon was auf die Waage. So, das ist die eine Variante, die DK und jetzt kommen wir dann ohne DK mit der Artikelnummer 3103 93 82. Das ist die Variante mit einem ESO-Sounddecoder, ist auch ein Henning-Soundprojekt drauf. Das übliche halt, Pufferspeicher. Mit Pufferspeicher, genau. Und die Digitalfunktion, das übliche halt, Licht vorn, Dreispitzsignal, Schlusslicht, extra schaltbar. Separat schaltbar. Führerstandsbeleuchtung, etc. Auch das können Sie dann bei dem Angebot, was Sie auf der Seite finden. Führerstandsbeleuchtung tatsächlich nicht, Entschuldigung. Nur nicht, dass sozusagen da was durcheinander gerät. Haben wir hier noch nicht integriert. Also in dieser Variante noch nicht. Nein. Okay. Die unverbindliche Preisempfehlung für diese Lokomotive liegt bei 319 Euro, liebe Zuschauer. Und angeboten wird sie heute bis zum Sonntagabend für 289 Euro. Hier auf unserer Seite zu sehen. Informieren Sie sich bitte nochmal. Die einzelnen technischen Details sind da ebenfalls abrufbar für diese Bestellnummer und für diese Lokomotive. Einschließlich Ersatzteilbestellung und Bedienungsanleitung. Da wo vorhanden, wir haben, kann ich Ihnen ja auch mal sagen, circa 90% unserer Angebote so weit erweitert, dass man teilweise Videos hat oder beziehungsweise meistens immer dabei die Bedienungsanleitung und die Satzteilisten, sodass also der Modellbahner, der sich diese Lok kaufen möchte, ja, erst mal vorher informieren kann bei uns und dann natürlich auch bei uns kaufen kann. Ja, das waren eigentlich die Vorstellungen, die wir von der Marke Gützold haben, die von einem Händler bei uns von Xtrein24 angeboten werden, beziehungsweise Sebastian sich zur Verfügung gestellt hat und hat gesagt, ich komme unbedingt ins Studio. Ich möchte gern für mein Produkt stehen und diese Produkte auch mit vorstellen. Das finde ich ganz große Klasse von dir. Und ja, dann kann ich nur noch wünschen, vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Wenn ich darf, eine Kleinigkeit habe ich noch, keine Lok, aber ich dachte mir, ich nutze die Chance, wenn wir schon so viel von Pufferspeicher reden und Kondensatoren, dass ich nochmal hinweise, das ist auch ein Produkt, was tatsächlich auch jetzt bei dieser Aktion dabei ist, ein Pufferspeicher mit Ladeschaltung. Das kann man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht sehen. Die Pufferspeicher mit Ladeschaltung, die Artikelnummer sehen Sie jetzt auch eingeblendet. Es ist eine ganz tolle Nummer mit vielen Nullen, vorne eine 2 und hinten eine 1. Ich spare mir jetzt das Ganze, warum eigentlich so eine Nummer aus der Lade rauskommt. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Zufall. Ja. Also Pufferspeicher-Set mit Ladeschaltung, unverbindliche Preisempfehlung auch bei uns zu kaufen. Können Sie auf der Seite sich angucken für 15 Euro und im Angebot für 12 Euro. Kann man überall einbauen? Kann man eigentlich in, also fast überall einbauen. Die Schaltung ist so aufgebaut, dass sie absolut flexibel aufzubauen ist. Also es gibt verschiedene, erstmal grundlegend die Funktion ist die, ein Decoder wird mit Energie versorgt, wenn vom Gleis gerade mal nichts kommt. Also um Stromkontaktprobleme zu überbrücken. Und es ist so, das ist eine kleine Ladeschaltung, die dafür sorgt, dass man 16 Volt Kondensatoren einsetzen kann, auch wenn man eine höhere Gleis-Spannung hat, zum Beispiel 20 Volt. Und sie ist so klein und flexibel aufgebaut, dass man das sowohl in Spur-N-Modelle, Spur-TT, als auch in kleinere H0-Modelle wunderbar einbauen kann. Das ist ja gerade die Marktlücke, sage ich mal. Es gibt Bausteine, die die Aufgabe noch viel besser erledigen können, die für zwei, drei, vier Sekunden Stromversorgung sicherstellen. Aber gerade für kleinere Baugrößen gibt es halt nichts, was so von der Stange möglich ist. Und hier gibt es also die Möglichkeit, diesen Bausatz so zusammenzubauen, dass man wirklich jeden Bauraum ausnutzen kann. Man sieht hier die verschiedenen Konfigurationen und das macht wirklich Spaß im Digitalbetrieb. Kann ich nur empfehlen, das mal einfach mal auszuprobieren. Das macht wirklich Laune. Und das ist ein Angebot von Fischer-Modell. Müssen wir jetzt dazu sagen, nicht Gütsholt, sondern Fischer-Modell. Richtig, ganz genau. Ja, vollkommen richtig. Das ist was, was wir als Fischer-Modell entwickelt haben und das war vorher Fischer-Modell-Sortiment und nicht Gütsholt. Richtig. Das war es jetzt, liebe Zuschauer, was wir Ihnen von Gütsholt und von Fischer-Modell vorstellen. Das hatte ich fast unterschlagen, um Gottes Willen wollte ich nicht tun. Aber für die Bastler und Friemler unter Ihnen, liebe Modellbahnfreunde, ist das sicherlich eine ganz interessante Geschichte, die man ebenfalls hier auf dieser Seite so erwerben kann. Das war es. Vielen Dank, lieber Sebastian. Und ich freue mich auf das nächste Wiedersehen. Ich glaube, Messefernsehen in Nürnberg werden wir uns wieder treffen. Liebe Zuschauer, freuen sich drauf. Mal sehen, was er uns dann an tollen Neuheiten von Gütsholt mitbringt. Vielen Dank. Weiter geht es im Angebotsreigen der sympathischen und wirklich guten Preise hier bei uns beim Teleshopping bei X-Train24. Wir haben jetzt die Marke gewechselt. Gütsholt hatten wir eben und jetzt sind wir bei ESU gelandet. Und da haben wir ebenfalls sehr attraktive Angebote für Sie parat, liebe Zuschauer. Sie sehen es bereits im Vordergrund. Einen Triebwagen ist der sogenannte VT 858 der Deutschen Reichsbahngesellschaft in Rot-Beige. Es ist eine DC-Digital- und Sound-Ausführung mit der Artikelnummer 31041. Dieses Fahrzeug ist in der Ausführung im Zustand um 1935. Es ist fantastisch detailliert. Das sehen wir ja vielleicht auch schon hier in den einzelnen Detailaufnahmen. Bedruckung und Lackierung ist perfekt. Auch sehr viele extra angesetzte Teile wie Haltestangen, Griffe, selbst die Regenlaufrinne. Und in der Front des Fahrzeugs ist auch ein Schlussscheibenhalter dran. Also Sie sehen schon, man hat sich bei ESU auch in dem Äußeren sehr viel einfallen lassen. Aber das werden ja die Kenner und die Freunde von ESU bereits wissen. Dieses Fahrzeug ist natürlich auch von der Ausstattung her fantastisch. Das Fahrgestell ist aus Metall und der Antrieb erfolgt durch einen fünfpoligen Drehgestellmotor. Das heißt, der Motor sitzt direkt auf dem Drehgestell drauf. Und es ist ein eingebauter Multiprotokoll-Digital-Decoder mit Sound und Rauchgenerator da. Denn dieses Fahrzeug hat ja hier oben auch so einen kleinen Auspuff, möchte ich mal sagen. Und da qualmt es dann mächtig raus. Weiterhin gibt es ein Lichtwechsel-Weiß-Rot. Ist klar, bei Digital überhaupt kein Problem. Die Rangier-, Innen- und Führerstandsbeleuchtungen sind dabei separat schaltbar. Dieses Modell ist hier im Angebot für 189 Euro und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 349 Euro. Das finde ich mal ein unschlagbar gutes Angebot dieses Händlers bei uns hier auf X-Train24. Ich wiederhole es gern nochmal. Die Artikelnummer ist 31041. Die unverbindliche Preisempfehlung 349 Euro. Im Angebot für 189 Euro. Von heute Freitag an bis Sonntagabend um 20 Uhr. Überlegen Sie bitte nicht zu lang. Diese Angebote, die wir hier Ihnen präsentieren, sind auch nur in dem Zeitraum gültig. Und auch die Stückzahlen dieser Fahrzeuge, liebe Zuschauer, sind dabei sehr begrenzt. Wer zuerst zuschlägt oder wie man so schön sagt, wer zuerst malt, kriegt das Modell zuerst. Das ist eine Ausstattungsvariante, wie gesagt, von Baujahr 1935, circa Epoche 2. Das gleiche Fahrzeug gibt es allerdings auch noch als VT 62 904. Ich werde mal das Fahrzeug hier ein bisschen beiseite nehmen. Als VT 62 904 der Deutschen Bundesbahn in der Epoche 3. Ausstattung ist das gleiche. Das Einzige, was sich hier geändert hat, ist die Farbvariante, liebe Zuschauer. Die gleichen digitalen technischen Features, so wie eben beschrieben. Nur mit einer anderen Artikelnummer, nämlich die 31042, ist dieses Modell zu haben. Die unverbindliche Preisempfehlung dieses Modells, wie Sie hier sehen, in dieser roten Verkehrsausführung der Deutschen Bundesbahn Epoche 3. Die unverbindliche Preisempfehlung war 349 Euro und ist jetzt ebenfalls im Angebot für 189 Euro. Hier blicken wir nochmal oben drauf auf den Dachgarten. Man sieht auch wahrscheinlich sehr wunderschön den Unterschied. Ich halte Ihnen mal das Epoche 2 Fahrzeug, dieses baugleichen Fahrzeugs, nur mit einer anderen Nummer. Hopsala, ich muss das mal hier ein bisschen auf unser Modell hin und her schieben. Ich glaube, man sieht es hier wie hier, dass es also da schon ein paar Modifizierungen bei der Deutschen Bundesbahn gegeben hat. Die Fahrzeuge wurden auch entsprechend umgebaut. Ja, dieses Fahrzeug, wie gesagt, für nur 189 Euro bei uns hier im Angebot. Das Angebot steht heute von Freitag 16 Uhr bis Sonntagabend 20 Uhr. Die Stückzahlen sind, wie gesagt, sehr begrenzt. Das gleiche Fahrzeug nochmal, der VT 62904, kommt auch als AC-Variante in Digital und Sound mit der Artikelnummer 32042 zu Ihnen. Ebenfalls ein sehr gutes Angebot dieses Händlers. Auch hier lag die unvermindliche Preisempfehlung bei 349 Euro und diese AC-Variante ist auch für sage und schreibe 189 Euro bei uns zu haben, liebe Zuschauer. Ich würde sagen, zögern Sie nicht lange, schlagen Sie zu, denn auch hier ist die Stückzahl sehr begrenzt und das Angebot ja auch nur zweieinhalb Tage online. Diese und auch weitere Angebote sehen Sie bei uns auf unserer Seite X-Train24. Wenn Sie sich da einloggen, gibt es auch einen extra Reiter für unser Teleshopping. Und da finden Sie diese wie auch die anderen Angebote natürlich alle vollständig aufgelistet mit allen technischen Möglichkeiten und allen technischen Features aufgelistet. Das sind die beiden Angebote, die beiden Triebwagen, liebe Zuschauer, die wir Ihnen von ESU vorstellen wollten. Einmal der VT 62904 der Deutschen Bundesbahn Epoche 3 in AC und DC Ausführung und der VT 858 der Deutschen Reichsbahngesellschaft in Epoche 2. Ja, wir sind immer noch bei ESU, liebe Zuschauer. Wir haben mal kurz die Fahrzeuge gewechselt. Jetzt kommen wir natürlich zu den Anhängefahrzeugen. Und Sie sehen es bereits im Vordergrund. Da steht ein WG4ÜPE, ein Gesellschaftswagen, auch als WGYE830 der Deutschen Bundesbahn in der Epoche 4. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht nur ein Wagen, sondern hat auch noch technische Ausstattungsvarianten. Zu denen komme ich gleich. Nur allgemein noch, dass diese Fahrzeuge Kurzkupplungskinematik haben, dass sie ebenfalls hervorragend bedruckt sind und auch angesetzte Teile haben, ist eigentlich fast selbstverständlich auch bei ESU. Was natürlich ganz besonders schön ist, Sie haben diese federnden Faltenbälge. Ja, ich kann das hier mal zeigen. Die passen sich also hervorragend an den anderen Wagen an, auf beiden Seiten selbstverständlich. Und jetzt komme ich natürlich auch zu diesen technischen Ausstattungsvarianten. Diese Gesellschaftswagen waren ja in der Epoche 3 bzw. Epoche 4 Zeit oder Epoche 5 Zeit ja immer noch ein bisschen aktuell, wo man bei der Bahn noch feiern konnte. Manch ein wird das Wort wahrscheinlich im Hals ersticken, wenn das Wort Bahn hört. Aber damals war es noch so, es waren Gesellschaftswagen auf der Schiene. Und ESU hat natürlich auch diese Gesellschaftswagen ins Programm aufgenommen und natürlich auch ein bisschen technisch aufgewertet. So, und diese Aufwertung kann ich Ihnen jetzt gleich auch sagen. Dieser Wagen hat einen Decoder für DCC, Motorola, M4 und Selectrix Betrieb. Diese Decoder melden sich selbstständig an an den Zentralen mit Railcom Plus oder MFX Funktionalität. Dieser Wagen hat einen Powerpack drin, also einen sogenannten Speicherkondensator für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung. Die wird man auch brauchen, weil nämlich dieser Wagen musikalisch ist bzw. Musik wiedergibt. Aber nicht nur irgendwelche, liebe Zuschauer, sondern Musik, die Sie selbst über einen integrierten MP3-Player und großen Lautsprecher, der in dem Wagen drin ist, abzuspielen geht. Das heißt also, Sie können Ihre eigene Disco-Musik, Schlager oder Volksmusik oder auf das, was Sie gerade so stehen, in diesen Wagen tontechnisch einpflanzen. Der Wagen hat eine mehrfarbige Effektenbeleuchtung im Innenraum schaltbar. Das heißt also, Rot, Grün und Blau, glaube ich, geht er zu schalten, kann ich Ihnen jetzt nicht vorführen, weil wir hier keinen Stromanschluss auf unserem Modul haben. Um die mehrfarbige Effektenbeleuchtung habe ich gesprochen. Highlight ist natürlich auch für die Märklin-Fahrer, dass das Fahrzeug umgebaut werden kann auf einem Mittelleiter. Das heißt also, der Mittelschleifer kann da eingebaut werden mit einem Umlegen am Schalter am Fahrzeug, ist das Fahrzeug dann auch nach Austausch der Radsätze sofort dann auch für den Dreileiter, sprich Märklin-Betrieb, machbar und auch benutzbar. Das ist der große Vorteil. Märklin hat bei vielen Modellen übrigens, Märklin, Entschuldigung, ESO hat bei vielen Modellen übrigens diese Möglichkeit von vornherein geschaffen, dass man auf Zweileiter- bzw. auf Dreileiter-Betrieb fahren kann. Das hat man also bei den Anhängern schon immer etwas berücksichtigt. Eine Bügelkupplung im kulissengeführten Normschacht ist ebenfalls da, das heißt also Kurzkupplung. Und was interessant ist für denjenigen, der sich jetzt für dieses Modell interessiert, der befahrbare Mindestradius ist 360 mm. Das nur ganz nebenbei, also wer so eine kleine Mini-Anlage hat, wo also diese Radien nicht ganz funktionieren, ja, da kann man das also nicht fahren. So, die unverbindliche Preisempfehlung ist 174,90, ich nenne nochmal die Artikelnummer, 360,40, bei uns auf der Seite auch so zu finden. Und der Angebotspreis des Händlers bei uns auf Xtrain24 ist sage und schreibe 149 Euro für diesen Anhänger. Esu hat natürlich noch einen baugleichen Gesellschaftswagen ebenfalls präsentiert in der typischen Ozean-Beige-Lackierung-Variante der Epoche 4. Dieser Wagen ist unter der Bestellnummer 360 41 zu haben. Es ist der Gesellschaftswagen vom Typ WGYE 831, wie gesagt in blau-beige, in der Epoche 4 Ausführung. Und ansonsten hat er die gleichen technischen Features wie der Epoche 3 Wagen, äh, Epoche 4 Wagen, Entschuldigung. Und man sieht auch zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob man es irgendwie darstellen kann, hier diese Faltenbälge passen, wenn die Wagen kurz gekuppelt sind, dann nahtlos übereinander. Es gibt ein besonders schönes Bild, man sieht es auch jetzt von oben, also nahezu geschlossen. Es ist vielleicht ein Zehntel Millimeter noch, aber wie gesagt, es ist kaum sichtbar. Also auch hier im Verband gefahren, diese beiden Wagen, sicherlich ein kleiner Hingucker. So, dieser Gesellschaftswagen hat ebenfalls in der Ausführung der Epoche 4 eine unverbindliche Preisempfehlung von 174,90, ist also identisch mit dem anderen Wagen, ist es nur eine andere Farbvariante, hier zu finden und im Angebotspreis ebenfalls 149 Euro. Also das Angebot dieser beiden Personenwagen, dieser Gesellschaftswagen der Deutschen Bundesbahn der Epoche 4, einmal mit der Artikelnummer 36,040 und mit der Artikelnummer 36,041 als andere Farbvariante mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 174,90 stehen im Angebot für 149 Euro. Und auch hier nochmal der Hinweis an die Märklinisten unter Ihnen, diese Fahrzeuge können selbstverständlich dann auf Dreileiterbetrieb auch umgestellt werden mit austauschter Achsen. Die Schleifer liegen der Verpackung bereits schon bei. Ja, von der Disco wechseln wir jetzt in einen ganz anderen Bereich, nämlich in den Güterwagenbereich. Und da hat ja die Marke ESO ebenfalls einiges zu bieten, wobei die Marke ESO hier ein bisschen falsch ist, denn es sind Güterwagen der Marke Pullmann im Hause oder unterm Dach von ESO, so muss man es glaube ich korrekterweise sagen. Hier werden also Kesselwagen angeboten im Dreierset, das heißt die Dreier sind in einer Verpackung drin. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz schnell so rein, also so kommen die Fahrzeuge und auch die Fahrzeuge, die ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, spielen gleich eine kleine Rolle. Auch in der Verpackung wie auch bei den anderen Fahrzeugen. Wir haben jetzt die Kupplung hier nicht dazwischen gebaut, liegen auch die kleinen Tütchen mit den Kupplungen bei. Nur wie gesagt zur Info für Sie, diese Fahrzeuge werden angebieten einmal als Epoche 2 Fahrzeuge, beziehungsweise in Epoche 3. So, dieser Kesselwagen-Set, das was ich Ihnen jetzt hier anbieten möchte, ist unter der Artikelnummer 36214 im Shop bei uns zu finden. Es ist ein Dreier-Wagen-Set der ÜVG, Kesselwagen Deutz. Das ist also eine maßstäbliche Nachbildung von Leichtbau-Kesselwagen mit 30 Kubik-Fassungsvermögen und zwei Wagen sind in grauer Farbgebung und ein Wagen ist in grüner Farbgebung. Man sieht es auch hier und die Bahnverwaltung ist die Deutsche Bundesbahn. Wie gesagt, die Wagen gehören nicht der Deutschen Bundesbahn, das sind alles angemietete, beziehungsweise von privaten Anbietern gemietete Fahrzeuge, die bei der Deutschen Bundesbahn dann laufen. Und sie haben natürlich auch eine hervorragende Ausstattung. Alles, was man hier sieht, ist erstmal nur das rein Äußerliche, mal abgesehen von der Bedruckung, die man ja heute schon buchstäblich bei jedem Hersteller als wirklich exakt und detailgetreu und auch trennscharf zum Beispiel bekommt. Aber ich drehe mal einen Wagen hier um. Man hat hier auch einen wunderschönen zu sehen, ich hoffe man sieht es hier, ich meine mal ein bisschen rüber, die angesetzten Laufgitter, Bremserbühne, dann wie gesagt Kupplungshaken und so weiter, eben ebenfalls nachgebildet. Und was natürlich ganz fantastisch ist, wenn man sich die Unterseite mal anguckt, das sind die Ausläufe, also ganz wunderbar detailliert angesetzt. Selbst die Bremsgestänge hier unter, hopps, jetzt fahren die hier weg, selbst die Nachbildung der feinen Bremsgestänge, so wie es im Original ist, finden Sie eigentlich unten drunter. Vom Prinzip her alles das, was man nicht sieht. Trotzdem hat Äsu hier ganz großen Wert drauf gelegt, diese Detaillierung so genau wie möglich zu machen, damit es eben sehr, sehr perfekt für Sie auf der Modellbahnanlage läuft. Diese Kesselwagen-Sets gibt es, wie gesagt, schon, wie ich gerade erwähnt habe, in verschiedenen Ausführungen. Ich zeige Ihnen das schnell mal in die Kamera. Das ist ein Kesselwagen-Set der Epoche 3. Ich muss es mal so halten, dass es nicht gerade blendet in den Zuschauern. Also hier sieht man also schon verschiedene Mineralölkonzerne aufgezeigt. Und dann gibt es natürlich noch ein weiteres Kesselwagen-Set in der Epoche 2. Mit Kesselwagen, die sind alle in Grau, der Deutschen Reichsbahngesellschaft, mit dem Ölverein Erfurt, WIFO Hamburg und auch 2, also besser gesagt, 2 WIFO Hamburg und Ölverein Erfurt. Möchte ich Ihnen auch gern nochmal reinzeigen. Auch das ist ein Angebot von heute 16 Uhr bis Sonntagabend 20 Uhr. Finden Sie ebenfalls bei uns auf der Seite. Ein Kesselwagen-Set haben wir uns mal rausgesucht. Nur zur Demonstration. Diese drei Kesselwagen kommen also im Set, angeboten von ESO, bei uns auf der Seite von einem angeschlossenen Händler. Ich sage Ihnen gerne nochmal jetzt in der Reihenfolge die Artikelnummern. Das sind die Artikelnummern 36 205, 36 217 bzw. 36 216. Die unverbindliche Preisempfehlung für dieses Dreier-Set beträgt 99,95 Euro und ist im Angebot zu haben bei uns bis Sonntagabend 20 Uhr für 79,90 Euro. Auch hier gilt nochmal der Hinweis für Sie, liebe Zuschauer. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Auch diese Angebote sind nicht unbegrenzt verfügbar. Und ich denke, das ist ein faires Angebot der Marke ESO, beziehungsweise des Händlers, der uns diese Waren zur Verfügung gestellt hat. Unser Angebotsreigen geht weiter, liebe Zuschauer. Jetzt wechseln wir wieder die Marke. Wir hatten ja im vorgehenden Stream sozusagen die Märklin-Fahrer bedacht mit allem, was wir so für dieses Wochenende im Angebot haben. Jetzt sind wir bei Harris. Sie wissen ja, Harris stellt ja sehr viele exotische Waggons her. Und da haben wir schon den ersten, den rollenden Weinkeller. Das ist ein Fahrzeug der Gattung der Epoche 3. Ich finde es ja auch passend für diese Jahreszeit. Es fangen jetzt an, auch die Weihnachtsmärkte demnächst. Der rollende Weinkeller klingt schon mal gut. Vielleicht gibt es ja auch Glühwein in diesem Wagen, wenn mit diesem Wagen verreist werden sollte. Auf alle Fälle war dieses Fahrzeug, es ist ein X-MC4I-44, mein Gott, werden wir es denn rauskriegen, mit der Artikelnummer 111-48. Ja, die Farbe, die sehen wir, ist in einem schicken Grau gehalten. Die Enden und die Inneneinrichtung blau. Ich hoffe nicht, dass das dann für die mitfahrenden Gäste gilt, dass die sich ein bisschen zusammenreißen können. Aber es ist ein typischer Vertreter und ein typisches Fahrzeug der damaligen Behelfspersonenwagengruppe. Und als er dann nicht mehr gebraucht wurde, wurde er wenigstens, ich sage es jetzt mal salopp, zum Saufwagen umgebaut. Also der rollende Weinkeller, ebenfalls ein wunderbares Fahrzeugmodell, ein Exot, ein Hingucker auf ihrer Anlage zum UVP von 52 Euro. Nun kennen Sie das Spielchen ja bereits, der UVP, Sie sehen es ja auch gerade rechts bei mir im Bild im Fernseher, ist natürlich nicht das Maßgebende, sondern dieses Fahrzeug ist bei uns im Angebot für 41 Euro. Das heißt also, wer dieses Fahrzeug haben möchte, schlagen Sie zu, es gilt für alle anderen Angebote, alles nur begrenzt. Es ist tatsächlich so, ich mache keine Witze, es wird also nicht allzu viel Wagen davon geben, hier in dem Verkauf zu diesem Preis. Wir machen aber gleich weiter mit Heres, denn den Weinkeller schieben wir jetzt mal beiseite, obwohl er sehr verlockend ist, sage ich mal. Den tun wir da mal beiseite. Ich hatte neulich auch bei uns auf der X-Train-Seite gelesen, dass es also auch Leute gibt, die einen Heizwagen suchen. Bitteschön, die Heizwagen sind meistens überall ausverkauft, so wie ich mitbekommen habe, aber bei Heres kann man fündig werden. Und ich schiebe Ihnen jetzt mal diesen Heizwagen ins Bild. Es ist ein vierachsiger Heizwagen der Deutschen Bundesbahn in flaschengrüner Ausführung in der Epoche 4-5 mit der Wagnummer 5080-99-40-504-4 der RBF Karlsruhe. Es ist also ein sehr detailliertes Modell mit Kupplungsaufnahme nach NEM 362 mit Kurzkupplungskinematik, hat zahlreiche Zubustteile und offene Faltenbälge. Auch dieses Fahrzeug ist zur UVP mit 52 Euro gelistet und unser Angebotspreis gilt auch hier, wie für den hier stehenden rollenden Weinkeller, 41 Euro. Wer also diese Wagen sucht, und das sind ja auch wirklich exotische Wagen, die man überall einsetzen kann, aber auch abstellen kann. Hier ist er noch bei uns in etwas sehr guten Angebotspreis und auch in etwas sehr begrenzter Stückzahl. Also nicht zögern, zuschlagen. Diesen Heizwagen nehme ich Ihnen jetzt mal aus dem Sinn. Den stellen wir hier mal ans Bahnhofsgleis. Und da gibt es noch ein drittes Angebot von Heres, und zwar ein Postwagen. Das sind ja auch sehr selten gewordene Fahrzeuge. Die man ja nur noch selten auf den Schienen trifft, weil ja heute alles auf der Straße fährt und die DHL-LKWs, und ja, die sieht man ja allen halben. Also hier einen Postwagen der Gattung, Post A2 der Epoche 4. Der Briefpost sozusagen. Ausführung in grüner Farbgebung. Ebenfalls sehr detailreich bedruckt, lackiert und eigentlich in der Ausführung sehr schön. Hat auch eine Kupplungsaufnahme nach NEM 362, kann also kurz gekuppelt werden. Und auch hier, wie bei den beiden Vorgängerangeboten, dieses Fahrzeug der Spurweite H0 für 52 Euro in der UVP, mit der Artikelnummer 11294 und kostet im Angebot 41 Euro. Wenn Sie also diesen Wagen schon lange gesucht haben und sagen, Mensch, da ist er, bitte, hier steht er, bei uns klicken, kaufen, und dann können Sie mit dem Ding schon losfahren. So, liebe Modellwarnfreunde, wieder Wechsel der Marken. Wir sehen jetzt eine Rangier-Lok in der Baugröße H0. Es ist eine V20. Der Versierte wird vielleicht sagen, ach, das ist Lenz, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Es ist eine Lenz-Lok. Und diese Lokomotive steht bei uns ebenfalls zu einem sehr attraktiven Preis zum Verkauf an. Aber erst mal zu den Details. Die Ausführung, so wie sie jetzt hier steht, ist mit der Artikelnummer 30120-01 bei uns auf der Webseite zu finden. Es ist eine Diesellokomotive Baureihe 20 der Deutschen Bundesbahn Epoche 3. Es gibt dann noch andere Farbvarianten. Dazu kommen wir aber gleich. Diese Maschine hat einen Maxxon-Motor auf allen Achsen angetrieben, Stromabnahme über alle Räder, fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel mit Rangierlicht, Pufferkondensator, RELCOM und ABC. Die fernbedienbare Kupplung funktioniert analog wie digital. Diese Lokomotive mit dieser eben genannten Artikelnummer, die mir einfach schlicht und ergreifend zu lang war, jetzt noch mal zu wiederholen. Sie sehen es ja außerdem hier neben mir auf dem Bildschirm noch mal, mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro. Und diese Lok wird zum absoluten Hammerpreis von 159 Euro bei uns hier angeboten. Ich wiederhole das gern noch mal. Das Angebot gilt von Freitag, also von heute, bis zum Sonntag 20 Uhr. Wer also diese Lokomotive braucht, wer also sagt, das habe ich schon lange gesucht, kann diese Lokomotive zu diesem unschlagbaren Preis erwerben. So, nun gibt es natürlich auch noch andere Farbvarianten zu dieser Lokomotive. Das ist also eine Epoche 3 Maschine. Und kommen wir noch mal zu einer weiteren Formvariante unter der Artikelnummer 30-121-01. Sie werden mir jetzt verzeihen, ich habe die gleiche Lok hier stehen. Die Form ist dieselbe geblieben. Auch die Farbvariante ist dieselbe geblieben. Sie sehen aber jetzt gerade auf dem Bildschirm eine Deutsche Reichsbahn-Lok stehen. Unter dieser Artikelnummer die gleiche Ausstattung, so wie ich sie eben beschrieben habe, mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro. Auch diese Lokomotive in dieser Variante für 159 Euro zu haben. So, und jetzt wechseln wir noch mal die Artikelnummer. Nämlich jetzt kommen wir auf die 30-122-01. Das ist dann eine Diesel-Lokomotive, die gleiche Maschine. Diesmal allerdings als Baureihe 270. Sie sehen es auch hier auf dem Bildschirm. 021-9 der Deutschen Bundesbahn. Ein Epoche-Vier-Modell. Gleiche Ausstattung, gleiche Features wie die anderen Lokomotiven, nur eine andere Farbvariante. Und auch hier gilt, 249 unverbindliche Preisempfehlungen. Und bei uns im Ausverkauf und wirklich zum Schnäppchenpreis von 159 Euro zu haben. Ja, wer hat es gedacht? Das ist eine Lenz-Lok. So, wir sind immer noch in der Baugröße H0 unterwegs. Sie sehen das auch an der vor mir stehenden, an den vor mir stehenden, wunderschönen Diorama. Das Arcaden-System von Modellbahnengel. Ich erwähne das gerne noch mal. Auch dieses System ist bei uns im Angebot, nur nicht heute, sondern nur mal so als kleiner Appetitzappen, was man da machen kann. Als Gleis-Systeme kann man natürlich normales H0 oder auch das McLean C-Gleis zum Beispiel nehmen. Dafür ist das speziell konstruiert worden. Ich finde, das ist auch eine sehr schöne Angelegenheit. Und der eine oder andere wird es schon geguckt haben und sagen, Mensch, das ist toll. Gehen Sie bei X-Train24 mal auf die Seite und suchen mal danach. Dann ist das also alles zu finden. Und da gibt es vom Modellbahnengel ja noch viel, viel mehr. Ja, was ich Ihnen jetzt vorstellen will, Sie sehen es auch hier rechts gerade in der Grafik. Den Robel-Gleiskraftwagen ohne Antrieb. Es ist ein Fertigmodell mit der Artikelnummer 26100 und kommt in der Ausführung der DB-Netz-Instandhaltung. Der Robel-Gleiskraftwagen 5422 ist das. Das Modell ist ohne Antrieb und ist ein zusammengesetzter Bausatz. Nochmal die Artikelnummer 26100. Die unverbindliche Preisempfehlung war oder ist 84,95 Euro. Ist ja schon erheblich preiswerter als der Robel, der mit Motor kommt. Sie werden das sicherlich wissen. Den Robel gibt es ja auch fürs McLean-Gleis, also als Wechselstromausführung. Der eine oder andere, der jetzt aus der McLean-Sparte und Zuschauer wird das wissen. Die kosten schon einiges, diese Fahrzeuge. Aber man kann ja diesen Robel auch motorlos als Bausatz draufsetzen. Und Sie erinnern sich, wer bei uns auf den Seiten schon mal gestöbert hat. Wir haben zum Beispiel einen Niederbordwagen mit Antrieb mal vorgestellt von Fiesmann. Das heißt also, so ein ganz normaler gelber Bauwagen, der einen Unterflurantrieb hat, ziemlich flach gehalten auch. Und mit diesem Unterflurwagen kann man zum Beispiel diesen motorlosen Robel ziehen. Aber auch andere Fahrzeuge, die motorlos angeboten werden aus dem Hause Fiesmann. So, ich hatte gerade gesagt, die unverbindliche Preisempfehlung ist 84,95 Euro. Und angeboten wird er hier für dieses Wochenende für 69,90 Euro. Wer also mit diesem Robel schon mal geliebäugelt hat, auch hier meine Empfehlung, kaufen Sie ihn sich jetzt zu diesem Preis. Denn dieser Preis kommt nur an diesem Wochenende und wird es nicht wieder geben. Was dann nächste Woche kommt zum Black Friday, was wir da alles anbieten. Da wird es ja auch über das gesamte Wochenende auf unseren Seiten besondere Angebote geben. Da gibt es dann auch noch Hinweise bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Die machen sich da einfach mal schlau, wann das dann losgeht und welche Angebote wann kommen. Aber dieses Fahrzeug, beziehungsweise dieses Fahrzeug, was wir Ihnen jetzt hier zeigen, das wird es also nur an diesem Wochenende zu diesem Preis geben. Dann machen wir gleich weiter. Ebenfalls ein Fertigmodell ist der Teleskopkran Gottwald. Mein Gott, werden wir es rauskriegen. Sie sehen ihn ebenfalls jetzt hier im Bild mit der Artikelnummer 16000. Ist auch ein Bausatz für einen schienengebundenen Schwerlastkran für den Bahnbau. Er hat also vier Doppelachslaufwerke mit acht Radsätzen. Kupplungsaufnahme nach NEM 362. Ist ein Fertigmodell, wie eben bei dem Vorgänger beschrieben, ebenfalls motorlos. Und wenn Sie diesen Antriebswagen haben, kann man also diese ganzen Modelle wunderbar hinten dranhängen. Ist ebenfalls ein sehr attraktives Modell. Und wer so ein bisschen Bahnbauszenen auf seiner Anlage nachstellen möchte oder ins Auge fasst, es zu tun, da ist er auch mit diesem Modell eigentlich sehr gut beraten. Zum Beispiel Brückeneinhängen oder ähnliche Sachen. Solche Szenen kann man ja nachstellen. Die unverbindliche Preisempfehlung für diesen Bausatz sind 69,95 und unser Angebot für Sie, für dieses Wochenende, für 47,90. Also Sie sehen schon, wir haben da sehr interessante Preise für den Modellbahner. Der eine oder andere wird jetzt sagen, das brauche ich. Also schwupps auf unsere Seiten. Gucken Sie sich diese Sonderseite, die wir für diese Sendung, für dieses Teleshopping gemacht haben, an. Da finden Sie noch viel, viel mehr Angebote. Und da ist auch dieser Bausatz dabei. So, wir sind wieder noch bei Fissmann, beziehungsweise, muss ich ja sagen, Kibri. Denn Sie wissen ja, unter der Marke, Dachmarke Fissmann, ist auch Vollmer und Kibri vereint. Und das ist ein fertiges Modell aus der Marke Kibri. Ein Niederbordwagen mit Atlas-Bagger der Firma Gleisbau. Dieses Fertigmodell ist also sofort einsatzbar. Kann auch mit dem Niederbordwagen, wobei das sieht dann dumm aus, da müssen Sie wahrscheinlich schon ein anderes Zugfahrzeug machen. Aber man kann ja ein Unimog zum Beispiel davor hängen, den es auch aus dem Hause Kibri gibt, diesen, oder diesen Zwei-Wäge-Bagger, kann man dann dranhängen. Dann können Sie natürlich auch diesen Niederbordwagen wieder nehmen. Und da sieht das aus, als wenn der Unimog das Ganze zieht oder eben andere Fahrzeuge, die da irgendwie eben motorlos mit dranhängen. Also eine wunderbare Idee. Der Bagger übrigens ist um 360 Grad drehbar, mache ich jetzt nicht. Der hat hier noch die Ladungssicherung dran. Die möchte ich auch dran lassen. Nur mal so ganz nebenbei. Man kann also auch hier eine wunderschöne Szene nachstellen. Dieser Kibri Niederbordwagen mit Atlas-Bagger wird bei uns zur UVP von 69,95 verzeichnet, aber im Angebot für 46,90 und nur dieses Wochenende angeboten. Wer also seinen Bauzug erweitern möchte oder generell darüber nachdenkt, mit einem Bauzug mal auf eine Anlage zu fahren, hier ist das erste Angebot für Sie, diesen Niederbordwagen entsprechend einzusetzen oder aber auch in bestimmten Bauszenen zu verwursteln. Das waren eigentlich erst mal die Angebote, die wir aus dem Hause Fiesmann für Sie bereithalten. An alle Ludmilla-Fans machen wir jetzt ein ganz besonderes Angebot. Bitte aufgepasst, hier ist eine Baureihe 232, der Ecorel aus dem Hause Rocco im Angebot. Diese Lok ist nicht digitalisiert, die Lok ist analog und kommt mit der Artikelnummer 52,466 bei uns zum Angebot. Es ist eine Farbvariante der Ecorel und der Motor hat eine Schwungmasse. Angetrieben wird die Lok auf sechs Achsen. Zwei davon sind mit Haftreifen. Die Kupplungsaufnahme ist nach NEM 362 ohne Kurzkupplungskinematik. Und das Modell hat eine Plax 16-Schnittstelle zur Aufnahme eines Digital-Decoders. Dieses Modell mit der Artikelnummer 52,466 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 114,90 Euro. Sie werden es auch sicherlich gleich nochmal in der Grafik am Bildschirm sehen. Und kommt für 109,99 Euro. Ich will jetzt nicht sagen, unterm Hammer das klingt, das wäre etwas zu brutal gedacht und alle Ludmilla-Fans würden mich jetzt steinigen. Nein, für 109,99 Euro ist sie zu haben und kann natürlich dann später mit allen digitalen Features ausgestattet werden. Denn wie gesagt, sie hat ja eine Schnittstelle. So, nun komme ich wieder mit einem ganz exklusiven und ganz besonderen Angebot. Liebe Modellbahnfreunde, Sie sehen es bereits vor mir aufgebaut. Das sind die Kraftpakete auf den Schienen der Deutschen Bahn, hauptsächlich betrieben von den privaten Betreibern. Sie sehen in der Mitte die wichtigste Lok. Es ist eine Blue Tiger Diesel-Lokomotive der Cap-Train Deutschland GmbH in der Epoche 6. Diese Lok wird angetrieben über einen 5-poligen Motor mit zwei großen Schwungmassen. Sie hat eine 21-polige Schnittstelle nach NEM 660 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. Die Stromaufnahme erfolgt über alle sechs Achsen. Lichtwechsel, weiß-rot mit der Fahrtrichtung wechselnd. Funktionsfähiges Warnlicht, Blinklicht auf dem Dach ist allerdings nur im digitalen Modus aktivierbar. Ich zeige es nochmal, beziehungsweise hier drüben sieht man dieses Blinklicht. Und diese Maschine ist vorbereitet für den Einbau eines Sound-Decoders. Und Achtung, auch diese Lok ist ein Schwergewicht. Sie wiegt 500 Gramm. Das heißt also, sie möchte dann schon auf Brücken fahren, wenn sie welche eingebaut haben, die das auch wirklich abkönnen. Da gibt es natürlich noch Formvarianten von diesen Lokomotiven, die ich Ihnen auch mit vorstellen möchte. Sind alle in der gleichen Ausstattung. Es ist eine Lokomotive der HVLE. Dieses Unternehmen dürfte jeder kennen. In der Ausführung steht ihr auch ganz groß dran. Und dann der TX Logistikgruppe. Das ist das Modell, was hier rechts neben mir steht. Das sind also jetzt die entsprechenden Form- und Farbvarianten, die es zu diesen Lokomotiven dazugibt. Aus dem Hause Mehano. Und Mehano ist ja bekanntlicherweise unterm Dach der Firma Lemke angesiedelt. Und jetzt wird mancher sagen, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass die auch H0-Modelle machen. Sie sehen, es sind wunderschöne, detaillierte Modelle. Auch von der Gravur und von der Ausstattung her sind sie ein echter Hingucker. Nicht nur als Lok selber, denn das sind wirklich schon wuchtige Maschinen. Sondern auch von ihrer Farbgebung und von der Detaillierung und so weiter. Das sind schon schöne Hingucker auf der Anlage. Ich selber habe die Cap-Train-Maschine in Pirna mal fahren sehen und ziehen sehen. Also wenn die loswummert, dann ist schon ein bisschen Musik auf der Schiene. Das sind also drei wunderschöne Lokomotiven. Mehano-Lokomotiven aus dem Hause Lemke. Und jetzt kommt der Angebotspreis. Ich sage Ihnen erst mal die Artikelnummern. Die Cap-Train ist die 58914 Artikelnummer. Die Blue Tiger, die TX-Logistik, die hier also rechts von mir und links von Ihnen steht. Von der TX-Logistik. Und dann gibt es noch die HVLE mit der Artikelnummer 58931. Das wäre hier drüben die rechte Maschine. So, jetzt kann ich Ihnen wirklich sagen, diese Maschinen kosten in einer unverbindlichen Preisempfehlung 209,90 Euro. Und das Angebot, was wir von einem Händler bekommen haben für den Abverkauf dieser Maschinen. Jetzt halten Sie sich mal ein bisschen fest. 135 Euro. Das ist also ein unschlagbares, günstiges, gutes Angebot, was Sie hier bekommen. Und ich denke, wer Liebhaber von schweren Güterzügen ist, langen Güterzügen, durfte eigentlich jetzt gar nicht Nein sagen. Denn diese Maschinen können ja auch digital aufgerüstet werden, falls Sie digital fahren. Also, drei Lokomotiven Blue Tiger aus dem Hause Lemke mit der Marke Mehano. Ja, liebe Zuschauer, wie Sie sehen, hat sich unser Studio etwas verändert. Das Arcaden-System, wo wir die H0-Modelle Ihnen präsentiert haben, ist verschwunden. Aber keine Angst, wir machen weiter mit den Modellvorstellungen. Nur, Sie werden etwas kleiner. Sie sehen sie bereits schon hier stehen. Ich wollte allerdings noch mal ein kleines Wort zum Arcaden-System verlieren. Dieses Arcaden-System von Modellbahnengel können Sie natürlich auch bei uns bei X-Train24 kaufen. Da gibt es auch eine Seite dafür. Und natürlich auch ein Video, wo Sie sich das Ganze auch noch mal anschauen können. So, jetzt kommen wir zur kleineren Spur und zu den Angeboten der Marke Lemke. Und Sie sehen schon eine wunderbare Lokomotive vor mir stehen. Das ist eine Hobby-Train-Lokomotive, das Modell einer Siemens Taurus der Baureihe 182 in der Epoche VI. Und das ist eine Neukonstruktion aus dem Jahre 2018. Sie sehen natürlich, es ist einem wunderbaren Design. Die Lok scheint zu brennen. Es ist eine Lokomotive der TX-Logistik. Und der Antrieb dieser Maschine erfolgt über einen 5-poligen Motor mit Schwungmasse auf alle Achsen. Das verleiht dem Modell natürlich auch sehr sanfte und sehr schöne Fahreigenschaften. Die Stromaufnahme erfolgt natürlich auch über alle Achsen. Sie hat eine NEXT 18-Schnittstelle zur Aufnahme eines Digital-Decoders. Der Lichtwechsel, weiß-rot, Fahrtrichtung, wechselnd ist klar, ist da. Und sie hat auch eine Kupplungsaufnahme nach NEM 355 mit Kurzkupplungskinematik. Da lassen sich natürlich auch sehr vorbildgerecht die Züge nachbilden. Und die hängen dann wirklich dicht hinter dieser Lokomotive. Diese Lokomotive und natürlich auch noch andere Muster, die Sie bei uns aus dem Hause Lemke finden, ist unter der Artikelnummer 2779 abrufbar und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 169 Euro. Und Sie werden es jetzt auch schon im Hintergrund auf dem Bildschirm neben mir hier sehen. Es ist ein nahezu fast unverschämtes Angebot, was Sie hier bekommen. Nämlich, Sie dürfen diese Lokomotive für 99 Euro erwerben. Aber nur an diesem Wochenende. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das heißt also von Freitag 16 Uhr bis am Sonntagabend, dem 24. November um 20 Uhr. Dann sind diese Angebote weg. Und ich glaube, jedem N-Bahner wird jetzt das Herz etwas höher schlagen und sagen, Mensch, die Lokomotive und auch die anderen Lokomotiven, die wir auf unserer Seite haben. Zum Beispiel von Locomotion haben wir eine Maschine da, aber auch eine im Beethoven-Design. Also alles diese Maschinen sind da und die sind alle wirklich zu diesem Sonderpreis für dieses Wochenende für 99 Euro zu haben. Aber bedenken Sie bitte, die müssen noch digitalisiert werden. Und jetzt habe ich hier ein Modell stehen für alle Zigarrenraucher. Sie ahnen dieses Wortspiel. Vor mir steht die Limburger Zigarre, ebenfalls in Spurweite N. Ausgeführt von der Firma Lemke unter dem Markennamen Hobbytrain. Dieser Akkutriebwagen, jawohl, das gab es schon. Also es ist keine Neuerfindung der Neuzeit mit Elektroantrieben zu fahren. Dieser Akkutriebwagen der Baureihe 517 der Deutschen Bundesbahn steht hier in der Epoche 4 und ist das Jubiläums-Sondermodell mit einer limitierten Auflage. Er hat einen Steuerwagen in DB in der typischen damaligen roten Farbegebung. Der Antrieb erfolgt über einen 5-poligen Motor mit Schwungmasse, hat ebenfalls eine Next 18 Schnittstelle zur Aufnahme eines Digitallecoders. Also dieses Modell, so wie es hier steht, ist in Analog-Ausführung. Rot-weißer Lichtwechsel, einseitig abschaltbar für Mehrfachtraktion. Das sind so einige kleine Highlights und Features dazu. Die Innenbeleuchtung ist da und die Lok ist auch vorbereitet für den Sound. Das heißt, der Lautsprecher ist bereits vorinstalliert. In dieser Lok, bei dieser Zigarre. Bleiben wir mal dabei. Die Artikelnummer ist die 2692 und die unverbindliche Preisempfehlung ist 219 Euro. Klar, dass wir nicht mit der unverbindlichen Preisempfehlung arbeiten, sondern hier mit einem Angebot eines Händlers. Und die können Sie bei uns erwerben an diesem Wochenende für 145 Euro. Die Limburger Zigarre Baureihe 517 für 145 Euro an diesem Wochenende bei X-Train24. Wem also die erste Ausführung oder der erste Preis um die 200 Euro zu viel war, das ist also ein wirklich starkes Angebot für unter 150 Euro, diesen Zug zu erwerben. Fahr doch wieder mal Straßenbahn. Das ist jetzt das Motto, was ich Ihnen anbieten möchte in Form einer Mini-Straßenbahn in der Baugröße N, angeboten von Lemke mit der Marke Hobbytrain. Wir haben hier vorne zwei baugleiche Straßenbahn-Züge stehen. Und zwar ist das die Artikelnummer 14904 und 14907. Das sind Düwack M6 Straßenbahnen der Epoche 4 bzw. 5. Der eine Triebwagen ist bedruckt mit M-Kicker, steckt mehr drin. Ich möchte das jetzt mal abwandeln. Bei X-Train24 steckt mehr drin. Könnte man vielleicht auch mal werben auf einer Straßenbahn. Diese beiden Straßenbahnen sind ebenfalls mit einer Next 18 Schnittstelle zur Aufnahme eines Decoders ausgerüstet. Und dieser Decoder kann dann separat die Lichter und Zugzielanzeigen einschalten bzw. ausschalten. Also für Freunde, die Straßenbahnanlagen betreiben oder eine Straßenbahn auf ihrer Modellbahnanlage zusätzlich zum Zugbetrieb betreiben, sind das zwei sehr interessante Angebote unter diesen Artikelnummern, die ich Ihnen eben genannt habe. Sie sind analog zu fahren. Sie brauchen eigentlich im Grunde genommen nur noch einen Decoder aufstecken und dann das Ding auch digital und kann bestimmte Dinge tun, wie ich sie eben genannt habe, einschließlich der Ansteuerung der Lichter und der Zugzielanzeigen. So, die unverbindliche Preisempfehlung für beide Fahrzeuge, die Düwack M6, ist 189 Euro. Und jetzt wären nicht wir Xtrain24, wenn wir Ihnen hier ein tolles Angebot machen würden. Diese Straßenbahnwagen bekommen Sie für 110 Euro. Ich betone 110 Euro und auch nur an diesem Wochenende. Das ist ein starkes Angebot aus dem Hause Lemke für diese beiden Straßenbahnzüge, die M6 vom Typ Burgestra. So, dann habe ich Ihnen natürlich noch einen Straßenbahnzug mitgebracht, ein Düwack M8 Mühlheim mit einer ganz tollen Bedruckung. Straßenbahnzug, Sie alle haben das sicherlich schon mal in der Werbung im Fernsehen gesehen, heute ein König. Bitte schön, Straßenbahnzug mit König Pilsner. Das ist ein etwas anderer Straßenbahnzug, wie gesagt, das ist ein Düwack M8. Und der kommt in der unverbindlichen Preisempfehlung 199,90. Ist genauso ausgestattet wie die beiden Vorgängerstraßenbahnen, also vorbereitet für Digitalfahren. Und Sie kriegen ein unverschämtes Angebot von uns heute, diesen Straßenbahnwagen für 119 Euro an diesem Wochenende zu kaufen. Also ich würde sagen, das ist ein sehr starkes Angebot für Liebhaber von Straßenbahnen. Ob es der M6 oder der M8 ist, finde ich einfach ganz große Klasse, dass wir Ihnen an diesem Wochenende dieses Angebot machen können. Nun werden wir ja nicht nur X-Drain, weil wir hier was verkaufen wollen, sondern wir haben auch noch dazu eine Achse mit Haftreifen für M6 und M8 im Angebot. Wenn Sie also bergige Strecken fahren, ich halte das mal hier davor, vielleicht kannst du die Kamera einfangen, wunderbar. Ist dieser Triebwagen oder die Straßenbahn kann dann auch mit Haftreifen versehen werden, damit Sie also auch etwas steilere Anstiege auf Ihrer Anlage schaffen. Das wird ebenfalls bei Hobbytrain oder über Hobbytrain und natürlich bei uns über unserem Portal X-Drain24 mit angeboten. Also es ist kein Problem, wenn die Straßenbahnen irgendwo bocken, wenn es zu steil wird. Hier ist der Haftreifen oder die Achse mit dem Haftreifen dazu. Das Angebot aus dem Hause Lembke mit der Marke Cato vervollständigt das Gesamtangebot von Lembke. Und Sie sehen es schon, wir haben hier was ganz Besonderes anzubieten, nämlich den TGW Ressort. Das ist also ein ganz besonderer Zug, den gibt es in zehnteiliger Ausführung. Und dieser Zug, wir haben es schon mal geöffnet, kommt in einer sehr hochwertigen Verpackung. Hier sehen wir also die ersten fünf Teile liegen und ich kann Ihnen auch gerne noch die anderen fünf Teile dazu ausblittern, wie der Zug dann komplett ist. Ich mache das mal auf. Sie sehen also auch anhand der Farbgebung, es sind zwei unterschiedliche Designs an diesem Zug. Zehnteilig verkürzt, verkürzt deshalb, weil es auch in Frankreich Bahnsteige gibt, die verkürzt sind, die also solche langen TGWs, wie sie im Original normalerweise fahren, nicht abkönnen. So, unter der Artikelnummer 10 924 in der Spur N von Cato, der zehnteilige TGW-Triebzug Ressort der SNCF der Epoche VI. Angetrieben wird der Zug durch einen fünfpoligen Motor mit Schwungmasse, dadurch hervorragende Fahreigenschaften. Es gibt eine Schnittstelle NEM 651 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. Zur Digitalisierung werden pro Set ein Lock-Decoder und ein Funktions-Decoder benötigt. Das heißt also, wir brauchen für dieses Set und für dieses Set entsprechend einen Decoder. Die Motorsteuerung, also das geht hauptsächlich hierbei um die Motorsteuerung und die Außenlichtsteuerung. Und der Zug ist vorbereitet für die Innenbeleuchtung. Für den Einsatz in Doppeltraktion liegen jedem Modell Kuppelstangen bei. In der Doppeltraktion ist für ein besseres Fahrverhalten bei Zug 1 der Wagen M1 und M2 zu tauschen. Beide motorisierte Köpfe zusammen gekuppelt. Auf dem Platin dieser beiden motorisierten Köpfe kann durch Aufstecken eines beiliegenden Steckers in die Schnittstelle das Licht dann zwischen den Zügen ausgeschalten werden. Dieses Angebot, dieses zehnteiligen Zuges mit der Artikelnummer 10 924 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 349,90. Und jetzt halten Sie sich bitte fest, dieses zehnteilige Set bekommen Sie bei uns nur an diesem Wochenende in der Spur N für 239 Euro. Das muss man erst mal stehen und sacken lassen. Jetzt werden die N-Bahner jubeln. Der eine oder andere sagt, Mensch, den wollte ich schon immer haben. Bitteschön, an diesem Wochenende haben Sie die Gelegenheit für 239 Euro diesen Zug zu erwerben. Unter der Angebotsnummer 10 925 ebenfalls einen zehnteiligen TGW-Triebzug Rousseau im Angebot. Das Modell des zehnteiligen TGW-Triebzugs Rousseau hat zwei Triebköpfe und acht Mittelwagen. Der SNCF angetrieben wird das Ganze durch einen 5-Polymotor mit Schwungmasse. Und dadurch erreichen Sie natürlich auch wieder hervorragende Fahreigenschaften. Die Schnittstelle ist nach NEM 651 zur Aufnahme eines Digital-Decoders vorbereitet bzw. da. Das heißt also, ähnlich wie bei dem eben gerade vorgestellten Zug, können Sie das nachträglich digitalisieren. Nur mit einem Unterschied. Dieser Zug hat bereits unter der Artikelnummer 10 925 eine Innenbeleuchtung. So, auch dieses Set hat einen Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Artikelnummer 10 925 beträgt 399 Euro. Und das Angebot für dieses Wochenende 299 Euro. Auch das möchte ich jetzt mal so stehen lassen und sacken lassen. Sie sehen also, es gibt bei uns auf der Plattform sehr gute Händlerangebote, die also hier Modellspielwaren für das Kind im Manne sozusagen anbieten. Und für dieses Wochenende unserer ersten Sendung des Teleshoppings wollten wir Ihnen auch hier viele, viele schöne Angebote machen. Denken Sie nicht, dass das jetzt mein Abgesang ist? Nein, es geht bald weiter. Das war das Gesamtangebot, was ich Ihnen aus dem Hause Lemke vorstellen wollte. Das war es nun endgültig, liebe Zuschauer, hier bei unserem Teleshopping Marathon heute am Freitag. Und ich hoffe, dass Ihnen die Angebote sehr gefallen haben und dass Sie natürlich auch kräftig hier und da zuschlagen werden. Ich denke, es war für jeden was dabei und unsere Palette war auch recht vielfältig. Diese Angebotsseite ist, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, bis zum 24. um 20 Uhr freigeschalten. Das ist also der Sonntag. Bis dahin gelten diese Angebote, wenn die Seite weg ist, beziehungsweise wenn das Livestream dann weg ist, dann sind auch die Angebote auf unserer Homepage weg. Das macht aber nichts, wenn Sie es verpasst haben sollten. Denn nächstes Wochenende ist ja Black Friday und da wird auch am gesamten Wochenende diese Seite dann wieder freigeschalten sein mit neuen, mit anderen Angeboten, die wir für Sie bereithalten. Und Sie wissen ja, im Black Friday Fever gibt es das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Nicht nur in der Konsum-Elektronik, nein, auch bei uns, bei X-Train24 und der Modellbahn. Ich hoffe, dass Sie dann auch dabei fleißig sind und unsere Angebote nutzen. Uns wird es dann möglicherweise, es ist noch in Planung, wir können es noch nicht genau versprechen, aber wahrscheinlich Mitte Dezember wiedergeben mit einer neuen Live-Übertragung, mit neuen Angeboten, kurz vor Weihnachten. Und da hoffe ich, dass wir das ein oder andere Schnäppchen Ihnen da sicherlich noch anbieten können. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was wir Ihnen zeigen wollten und auch Ihnen gezeigt haben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, freue mich aufs nächste Mal, Ihr Frank Budich. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, freue mich aufs nächste Mal.